Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Legend of Kyrandia 3, wo wir jetzt hier aus dem Knast ausbrechen müssen. So, wir können ihn jetzt hier... Hm, ich wundere, ob ich diese Box auslösen kann. Geht nicht. Und ich Idiot habe das Falsche mitgenommen. Eigentlich müssen wir nämlich einen Nagel mitnehmen. So, drei. Vier. Vier. Fünf. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht irgendwie... Eine Sackkassee ritten. Hm. Fünf. Vier. Vier. Dann. Vier. Haben wir nicht schon 10 inzwischen? Okay, you're eligible for parole. It's about time. Here's your stuff. Now, get out of Karandia. Okay, then we're lucky. This smelly mime outfit might look good. Normalerweise müsste man nämlich eigentlich einen Nagel mitnehmen. So, hier brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nix. Na. I can't believe they'd landscape this area. Achso, jetzt kommen wir hier raus. Ah, die Quatsch. Warte mal, wir müssen ja eh in die Stadt. So, jetzt ist hier keine Ahnung. Ist das die gleiche Fisch-Creme-Maschine, die hier als ich als Kind war? Ja, noch immer stark. Ich kann nicht glauben, dass die Leute immer diese Sachen essen. Welche Chance, dass ich einen wieder probiere? Vielleicht hat meine Pallette schon matured. Entschuldigung, wir sind alle aus den Ingenständen. Kannst du noch mehr holen? Ich kann nicht den Markt verlassen. Du bringst mir ein paar Eels, Sesam und Kreme. Und ich werde dir ein Sandwich machen. Welche Chance, dass ich einen wieder probiere? Vielleicht hat meine Pallette schon matured. Entschuldigung, wir sind alle aus den Ingenständen. So, warte mal. Ich muss einmal wieder zum Stadtrand. Ah, Home Sweet Civilization. Ich brauche nämlich noch Wasser. Und das gab es ja bei dem Frosch. Hier, genau. Hier. Dafür brauchen wir nämlich auch die leere Flasche. This might come in handy. Genau. So, dann bauen wir also noch einen Aal. Hier. Ich erinnere diesen Ort. Hier kommt jemand. Hier kommt jemand. Hier kommt jemand. ano Mom. Hier kommt jemand. Körger. Be здоров! Hier bist du? Ich ziehe einfach nicht gut das! Ehe see, ichfish ansidores. Und erst mal immer noch. Ich kann jemanden auf die Natur! Travel Star Wars machen! Es kann nicht sein! Ich auch sp Glasatzen. So, ja, hier geht's nicht weiter. Das ist übrigens Xantia aus Teil 2, ne, wer das noch nicht kennt. Kann man auch hier auf diesem Kanal das Let's Play-Dance-Welt-Sicht dazu angucken. Haben wir auch alles wunderbar gespielt. So, wir haben doch hier, genau, wir wollen erstmal hier ein Aal. An Eel. Da hinten war nur der Schrottplatz. Brauchen doch noch Milch. So, das war ja unser Zuhause hier, ne? Ach ne, das ist die Molkerei, aha, sehr gut. So, wir müssen, wir brauchen Milch. Dazu brauchen wir eigentlich eine leere Flasche. Da sind wir hier alles noch nicht richtig. Ach, diese blöde Inventar, wenn es zu klein ist. Genau, hier ist man die Spielzeugfabrik. Jetzt hier runter, durchs Loch. Warte, machen wir eigentlich noch ein Spielzeugpferd? Ne, brauchen wir auch noch, ne? Schwer vergessen. Ha, eine leere Flasche, sehr gut. So. Wer würde einen Brug in den Sewarden setzen? Wer würde einen Brug in den Sewarden setzen? Erstmal grün. Und jetzt rot. Oh, gut. The Sandwich Boy. Hello there, Mr. Mime. Bestimmt nicht das mit zwei Männern oder mit zwei Frauen. So, mit dem können wir nicht jetzt so weiterreden hier. Ich dachte, jemand würde mir ein Sandwich bringen. Welchen Sandwich erwartet ihr? Ich kann aber die Musik nochmal ein bisschen leiser machen. Wir können aber mit den Drachen reden. Warum nicht du ihm ein Sandwich holen? Ich bin geschlossert. Was hast du gemacht, das so schlecht war? Okay, das hatten wir schon. So, hier kommen wir auch kein Stück weiter. Können wir ihm dann eigentlich das Sandwich hier geben? Fischcreme Sandwich. Was haben wir sogar? Kriegt aber trotzdem nicht, oder? Wir speichern mal. Ah, danke. Was eine wunderbare neue Tradition. So, do you enjoy performing with the Circus? Best job I ever had. I thought you were going to bring me a Sandwich. I already gave it to you. Oh, that's right. I guess you did. We get a tandat класс. Oh, I stopped. What? What? We didn't get to attend Carandia Days ourselves this year. Verkühlen wir uns hier wieder. Ein ziemlich schabberes Patchjob. Meine kleine Toys sind bereit zu spielen. Genau, wir packen sie da rein und geben das Wasser da drauf. Genau, nie verkehrt. Rinder. Ah, ich habe es geschafft. Ich wundere, was ich gemacht habe. Fantastisch! So, hier haben wir jetzt uns hier... Was war das nochmal? Nur gemerkt, dass wir es da rausnehmen müssen. Das muss Brandywine's Portal Potion sein. Ach so. Portal Potion, genau. So. Wie süße Späder. Ah ja. Hier gibt es mehr Späder als in der Dump. Wie süße Späder. Das ist das. So, mehr ist hier nicht. Jetzt kommen wir wieder hoch. Ah, der hier. Mit dem können wir erstmal quatschen. Wiezu Ah! Er? Alsoli. So, wir sagtenständig. Er ist eine Jake des Späder. Im Dump! Tom, wie kannst du mit ihm quatschen? Sondern? Ich glaube, ich erinnere mich. Ist das nicht die Sprache der Grund? Was macht es hier? Sie müssen hier wieder aufregeln. Sie müssen hier wieder aufregeln. Ist das nicht Jacob's alte Ladder? So, wir brauchen eigentlich ein Stück Holz und nochmal, aber wir brauchen vor allen Dingen hier nochmal ein Stück Holz. Ich brauche nochmal ein Spielzeugpferd. Ja, da kommt das Richtige raus. So, wir haben nochmal ein Aal. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Warte mal, die Möckerei, die war doch irgendwo hier. Wo war die denn hier? Ach nee, jetzt sind wir wieder hier. Ach, Xantia. Oh, hello there, Mr. Mime. We just loved you at the circus. So, wir speichern mal nochmal. Wir katschen mal mit ihr. Hello, Mr. Mime. We loved the show. Oh, yeah, thanks. We're all going over to the Isle of Cats to see your next show, too. Uh, great. Ähm, wir müssen hier was zusammen mixen. So, dazu müssen wir sie aber ablenken. Damit wir sie ablenken können, müssen wir... Please don't touch that. It's very delicate. Genau, wir müssen sie dafür ablenken, dass wir wissen, wie die... ... Vitrine hier zum... ... Umsturz bringen. Das heißt, wir packen die hier... ... I hope these little dynamos can knock over that cheap display case. Genau. Und ganz wichtig, nicht das, sondern das Wasser hier. Darin. Oh my gosh. Marco is going to kill me when he sees this. So. Zack, die schmeißen das Holzpferd hier rein. Und füllen das ab. Und haben jetzt den Pegasus-Trank. Und wir können hier eigentlich uns schon verkrümeln. Mehr brauchen wir von ihr hier nicht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Okay, ich muss nochmal zum Schrottplatz. Ich brauche nochmal eine leere Flasche. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Habe ich das. Great, this is all I need. Haben wir schon. I've seen flea-markets with less good stuff. Great, this is all I need. I just love other peoples trash. I love this place. Hasn't King Brandon heard of Recycling? Hm, maybe I'll come back and rummage more later. Hm, maybe I'll come back and rummage more later. So, wo war denn jetzt? Nee, warte mal. Die Flasche hatten wir im Keller bekommen, ne? Geht doch, glaub ich, hier rum schneller. So, also hier nochmal rein. Denn hier nochmal runter. Ach, jetzt kommt man hier doch nicht mehr runter. Ja, okay. Denn... Warte mal, das war die Molkerei hier, ne? Ah, ne, das war Xantia. Oh, hallo da, Mr. Mein. Wir lieben dich am Circus. Alles klar. Ist hier irgendeine Flasche übrig? Nein. Christ. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch ein Sandwich brauchen oder nicht. Ich glaub eigentlich nicht, weil wir kommen mit dem Krieger zu sein. Egal. Ich mach mir jetzt nochmal kurz den Kopf und wir gucken uns dann, ähm, ja, das nächste Kapitel dann im nächsten Video an. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.